Hallo und Willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA Online. Heute spiele ich wieder ein Deathmatch und okay wir sind zu dritt. Ich werde wieder 1000 Dollar auf mich und es geht los. Ich bin ja mal gespannt. Ich hoffe, dass es nicht wieder irgendein Scheiß Deathmatch, wo man abkürzen kann. Also, Parcours. Okay, hier rein. Bis jetzt geht es ja noch hoch da! Nein! Das ist auch noch gefallen. Das gefällt mir wohl. Nein! Ich werde jetzt nicht wieder zu hastig werden. Was machst du denn? Das ist schön langsam. So geht es auch. Ja, endlich. Gut, schön vorsichtig. Oh! Oh! Nicht rennen! Bin ich vorne? Nein, bin ich vorne. So, dann muss ich jetzt da vorne mal ein bisschen nervös machen. Nein! Oh! 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 Was mache ich denn? Ist das wieder typisch für mich? Mann, 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 Mann! Ey! Ah! Fick dich! Das gibt Rache, aber sowas von... Aha! Was machst du denn, ey? Zusammengeknüppelt. Ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Das sieht doch gut aus. Das könnte klappen. Okay, und jetzt muss ich... Noch weiter hoch. Noch weiter. Noch weiter. Das sind ja Schlagringe, das ist ja jetzt erst. Das ist aber ziemlich lang der Parcours. Das ist gar nicht so schlecht. Hier wieder schön langsam. Mit hüben. Hoch. Das ist gar nicht so schlecht. Okay. Oh nein! Da habe ich mir doch grad extra lange Zeit gelassen. Und mache so einen blöden Fehler. Aber ich scheine da auch nicht wirklich auf Eiler zu kommen. So, wir brauchen noch 12 Minuten. Das schaffe ich. Oh! 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 So, hier wieder langsam Und falls so schön wird, gleich nochmal Ja, da kommt ja wohl nicht durch dahinten Jetzt muss ich mich aber ein bisschen mehr konzentrieren Was machst du denn? So, da sonst so hoch So, das haben wir auch geschafft So, und jetzt konzentriere dich Ja 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 Ja, das haben wir auch geschafft Dann kann ich erstmal wieder ein bisschen rennen Ja 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 Ich muss es mir abgewöhnen, immer so hastig zu sein. Ich bin immer viel zu hastig. Okay, schön langsam. So, den haben wir auch. So, und hier habe ich ihn verkackt. Das soll mir jetzt nicht nochmal passieren. Okay, das kann ich wieder ein bisschen schneller machen. Was kommt denn da? Okay, dann habe ich zwei Wege. Oh, ich denke. Das war wohl die richtige Entscheidung. Ich glaube, ich bin durch. So, wie es aussieht. Wie es aussieht, bin ich durch. Endlich! Wo sie nur noch heil unten ankommen. Okay, um diesen Weg hier. Oh! Ich bin unten. So, jetzt darf eingesammelt werden. Okay, eine in der Luft. Gut. So, ich hatte ja Rache versprochen. Die gibt's jetzt. Ich komme gleich weiter auf einmal. Mal. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt habt ihr verschissen. Äh? Hast du selbst überhaupt gegangen? Ach, wahrscheinlich habe ich das Fahrwerk nicht ausgefahren. Ich bin doch blöd. So, der andere ist gleich abgehauen. Alte Feigling. Hör sich aber scheiße an. Wo bist du? Wo ist er denn? Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht. Ich höre ihn aber. Gut, die hört sich auch kacke an. Mein Lieblingsgewehr. Und Schuhflinte? Ne, habe ich leider nicht. Oh, das sind noch etwas über zweieinhalb Minuten. Wo bist du? Was habe ich da hinter? Das habe ich doch. Ha! Oh, ich habe ihn erwischt. Nichts. Es ist, ich würde ihn wieder auf! Ich habe ihn nicht. Beide ich immer. Das ist, wenn ich auch nicht. Da bitte... Ich bin nicht dran. Das ist besser. Dann hast du Zeit. Oh ja... So, jetzt werden wir den Modus ändern, das gefällt mir besser, nicht zu weit. Na komm her! So, jetzt eine Minute noch. So, jetzt eine Minute noch. So versteckt er sich wieder da hinten? Komm, einmal will ich ihn noch erwischen. Schnell, 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 schnell! Ah, schade. Ja, da sind wir doch noch Erster geworden, Gott sei Dank. War nicht wirklich eine Herausforderung bei nur zwei Gegnern. Aber egal, gewonnen ist gewonnen. Und ich würde sagen, das war's doch schon wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns morgen wieder bei einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao! 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 Ciao!